Hallo und Salam, mein Name ist Sirai von Orien Trift Vegan und heute habe ich die Ehre mit Food Unworlded ein Teil von Food Unworlded Family Recipes zu sein. Wenn ich an Familienrezepte denke, dann denke ich an den weltbesten Küssersalat meiner Theise und wie der funktioniert und wie wir den zusammen machen, dazu rufe ich sie jetzt an und los geht's. Hallo Theise Jim! Na hallo, merhaba, hi! Heisem, ich habe den Leuten erzählt, dass du den weltbesten Küssersalat überhaupt machst und deswegen rufe ich dich jetzt an und möchte dich fragen, wie du den zubereitest und die ganzen Zutaten? Oh, natürlich, kein Problem. Also ich mache immer 500 Gramm, also Düneburgul und ich mache mit warmem Wasser und ungefähr 15 Minuten, bis es ein bisschen wein wird. Und drauf, das Böhl ist eine Esslöffel, drei Löffel Paprika, Mak, und Domatessalchese, jene Böhl ist eine Esslöffel auch. Kannst du auch Mischung ungefähr, mindestens fünf Minuten oder sieben Minuten, kann man merken ein bisschen, was wein ist. Und extra so Zwiebel schneiden, äh, und dann tust du am Ende nochmal schön Olivenöl und Granatapelsirup, alles mit deinem Löffel vermischen. Ja, ja, alles. Du musst es immer in so schönen Salatblättern anrichten, gell? Ja, und Salatblätter auch extra so, in schönes Teller so sortieren und den Pusser reintun und in der Mitte nochmal wieder auch einen Salat und guten Appetit, schmeckt lecker. Perfekt, dankeschön, Teller. Ja, bitte, kein Problem. Ich bin direkt los, kaufe alle Zutaten und koch das nach. Okay, also bye bye. Bye bye. Auf Wiedersehen. Hier ist die Zutaten für den Christophsalat einkaufen und nehmt euch mit. Ich bin direkt los, kaufe alle Zutaten und schreien, 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 schreien. Da ist die Zutaten für den Christophsalat. Mein Christosalat ist fertig. Mein Christosalat ist fertig.